In Niederösterreich treten gravitativen Massenbewegungen in ganz unterschiedlichen Ausprägungen auf. Und vom größtem Interesse ist hierbei, wie sich der Klimawandel auf die Hangdynamiken auswirkt. Um dies zu untersuchen, müssen langfristige Messungen durchgeführt werden, denn nur dadurch können durch den Klimawandel verursachte Unterschiede überhaupt festgestellt werden. In dem Nösleitprojekt der Arbeitsgruppe Chemophologischer System- und Risikoforschung werden die drei großen Gruppen der Felsstürze, der Rotations- und Translationsrutschungen unter Muren beobachtet und genauer untersucht. Und besonders die langsam kriechenden Rotations- und Translationsrutschungen sind mit kontinuierlich messenden Sensoren ausgestattet, die einen Großteil der Daten in Echtzeit an einen Server der Universität Wien liefern und dort über eine Webseite in Echtzeit abgerufen werden können. Und warum dieses Untersuchungsgebiet besonders interessant ist, welche Ziele bei diesem Forschungsprojekt im Vordergrund stehen und welche Methoden an der Erdoberfläche und im Untergrund angesetzt werden, dies wird im folgenden Video erläutert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017